Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im kleinen Sendesaal des Landesfunkhauses Niedersachsen. Der Donnerstagmittag hier bei NDR 1 Niedersachsen. Als ich gefragt worden bin, ob ich heute diesen Preis moderieren möchte, habe ich mich unglaublich gefreut, weil Preisverleihung sehe ich immer so gerne im Fernsehen. Wir haben ein ganz besonderes Geburtstagskind. Krümelmonster feiert heute seinen 48. Geburtstag. Und dazu wollen wir ihm natürlich hier bei uns auch ganz klar gratulieren. Ich habe selbst Juliane Bartel live erlebt in der Talkshow 3 nach 9. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Damals stand schon fest, dass ich auch unbedingt zum Radio oder auch zum Fernsehen gehen möchte. Und die Art, wie sie mit den Leuten umgegangen ist, das fand ich sehr schön bei ihr. Heute zum 48. Geburtstag darf er ganz, ganz viele Kekse essen. Und ich würde einfach mal sagen, wir essen jetzt auch gleich ein paar Krümelmonsterkekse.